Im Jahr 1883 entstand hier an der Focke-Straße der erste Fußballplatz in Leipzig. Die Miete für die damals hier liegenden Bauernwiesen betrug 150 Mark. Leipziger Schüler waren die ersten, die hier mit ihren Turnlehrern Fußball spielten. Leipzig entwickelte sich damals schnell zur Fußballhochburg, denn in den Schulen und Turnervereinen gab es immer mehr Menschen, die diese neue Ballsportart betreiben wollten. Am 01.02.1893 gründete sich in Leipzig der erste Fußballverein in Sachsen, der FC Lipsia. Es folgten schnell weitere Leipziger Vereine, wie zum Beispiel der VfB, FC Wacker, Leipziger BC, Spielvereinigung, BV Olympia, Britannia oder der FC Eintracht. Alle waren im deutschen Fußball von großer Bedeutung. Leipziger Akteure riefen hier auch den Deutschen Fußballbund, DFB, ins Leben. Am 28. Januar 1900 im Saal des Mariengartens. Einer seiner ersten Mitglieder war Theodor Schöffler. Er hatte vier Jahre vorher den Verein für Bewegungsspiele Leipzig, kurz VfB Leipzig, gegründet. Dieser war der erfolgreichste Fußballverein im Deutschen Reich. 1903 wurde der Verein erster deutscher Fußballmeister und noch zwei weitere Male, 1906 und 1913. In der Saison 1908-1909 kämpften regionale Fußballmannschaften um den Kronprinzenpokal. Dieser war der Vorgänger des Bundespokals. Die Mannschaft des Verbands Mitteldeutscher Ballspielvereine gewann den Pokal mit einem 3 zu 1 Sieg in Mariendorf bei Berlin. Die Mannschaft hatte ausschließlich Spieler aus Leipziger Vereinen. Zu ihr gehörten zum Beispiel Erich Albrecht von Wacker 1895, Adalbert Friedrich und Edgar Blüer vom Leipziger BC 1893. Blüer schoss im Finale alle drei Tore. Auch Camillo Ugi vom VfB war Teil der mitteldeutschen Mannschaft. Er war Nationalspieler der DFB-Auswahl und führte sie neunmal als Kapitän an. Zudem war er beim Olympiaspiel von Deutschland gegen Russland in Stockholm dabei, genau wie Karl Uhle aus seinem Team. Damals siegte die deutsche Mannschaft mit phänomenalen 16 zu 0. Heute sind der Sportpark in Markleberg und eine Straße in Propsthaida, der Ugi-Winkel, nach Camillo Ugi benannt. Das erste Länderspiel einer DFB-Auswahl fand in Leipzig am 17.11.1912 auf dem Sportplatz in Lindenau statt. Die Deutschen verloren gegen die Niederländer mit 2 zu 3. Knapp 100 Jahre später bekam das Leipziger Sportmuseum seine wertvollsten Objekte zur Leipziger Fußballgeschichte, zwei originale Embleme vom Trikot von Camillo Ugi, welche seine Tochter dem Sportmuseum als Dank für die Ehrung ihres Vaters zum 100. Jahrestag der DFB-Gründung schenkte. Der Erste Weltkrieg bedeutete einen harten Einschnitt für den Fußball in Leipzig. Viele Spieler starben im Krieg, wie zum Beispiel der legendäre Torwart des VfB Leipzig, Johannes Schneider. 1936 machte der Leipziger Fußball ein letztes Mal vor dem Zweiten Weltkrieg auf sich aufmerksam. Hier siegte der VfB im Finale des Chama-Pokals 1936. In der Zeit nach dem Krieg ordnete sich der Leipziger Fußball neu. Die größten und erfolgreichsten Vereine waren die BSG Chemie Leipzig und der 1. FC Lokomotive Leipzig. Chemie Leipzig verstand sich als Nachfolger des SV Thura Leipzig. Der Verein wurde zweimal DDR-Meister und zweimal Pokalsieger. Der 1. FC Lokomotive Leipzig, der auch als Lok bezeichnet wird, galt als Nachfolger des VfB Leipzig. Er gewann viermal den FDGB-Pokal und wurde dreimal Vizemeister. Besonders gerne erinnern sich die Leipzigerinnen und Leipziger an das legendäre Spiel 1987 im Zentralstadion. Damals gewann Lok Leipzig das Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger vor mehr als 100.000 Zuschauern. 1991 benannte sich Lok wieder in VfB um. Der VfB war die erste Mannschaft aus der ehemaligen DDR, die in die erste Bundesliga aufstieg. Seitdem hat der Verein zwei Insolvenzen erlebt. Im Jahr 2023 spielen Lok und Chemie in der Regionalliga. Die erfolgreichste Fußballmannschaft der Stadt heißt jetzt RB Leipzig. Er qualifizierte sich 2017 für die Champions League und wurde Vizemeister. Das Leipziger Sportmuseum hat viele Objekte zum Fußball in seinen Sammlungen. Sie dokumentieren legendäre Länderspiele und internationale Wettkämpfe. Fußball ist heute mit über 10.000 Vereinsmitgliedern, darunter viele Frauen und Mädchen, die beliebteste Sportart in Leipzig. Sportroute Leipzig digital. Ein Projekt des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Sportmuseum Leipzig 2023. Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Barrierefreie Umsetzung mit Unterstützung des Deutschen Zentrums für barrierefreies Lesen. DZB Lesen Leipzig.